Sing mein Song. Das Tauschkonzert mit Lotte. Für mich ist Musik so alles, was ich fühle und das ist viel. Für mich ist Lotte die Billie Eilish vom Bodensee. Alle lieben ihre Texte. Ich spüre mein Herz irgendwie so. Das ist so ein geiles Gefühl. Verdammt, ich war einfach zu jung. Ihre authentischen Geschichten. Es ist krass, das dann zu hören, dass jemand anders das zu mir singt. Und alle. Dein Abend, der löst hier ordentlich was aus. Wollen mehr davon. Kann man eigentlich noch mehr Fan werden von dir. Sing mein Song. Dienstag, 20.15 Uhr. Und danach die Lotte-Story. Das Tauschkonzert mit 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 Lotte-Story. Untertitelung des ZDF, 2020